Und ja, Fortnite muss ich sagen, das Spiel sieht einfach grandios aus. Also, wir machen das. Da kommen wir nicht ganz hin. Was sagst du? Da kommen wir nicht ganz hin. Ja, ne, ich bin jetzt hier. Also, Pokémon ist generell auch ein Spiel. Ich genieße das gerade total mit meiner Tochter jetzt zu spielen, sage ich ja immer wieder. Das macht doch wirklich, also es ist halt auch einfach cool und schön auch, dass meine Tochter da auch so großes Interesse hat. Ja, und wenn Pokémon nur gut programmiert wäre. Server sind so kaputt, Alter. Da unten. Oben im Haus. Flank Grenade set. Flank Grenade set. Flank Thermite. Zip, go there. Flank Grenade set. Oh, die Nader. Geht da. Sehr schön. Eine Nader hat minus 70. Da. Na komm, zeig dich nochmal Mäuschen. Geht der ist oben jetzt? Einer ist oben. Ich komme auch hoch. Einer ist nach oben. Ich war von der Seite kurz von der Bucke. Ich bin gerade. Nein. Ich boxe nicht die Tore. Es sind einer, zwei sind richtig low. Bin dropped. Drop mal weiter runter. Ich glaube schon. Krabbeln hier rein. Sind die unten? Nee, oben drauf noch. Einer. Also einer ist von mir knocked gewesen. Und einer wurde von mir genommen, glaube ich. Werden gerade wieder geholt. Holen sie gut. Holen sie gut. Ah, ist gut. Kannst du runterkommen. Geil. Heftiger. Einfach heftig. Gerne Häschen. Gerne, 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 gerne Häschen. Das freut mich. Hat Wingmanager? Können wir da hin irgendwie? Ich flieg gleich zu meiner Fledermaus. Kommt ihr da mit? Da nach hinten. Könnt ihr da hinten mitkommen? Da oben einer. Ich muss hier runter gehen. Wir sind umsingelt. Third Party. Aua. Oh, direkt neben mir oben. Oh, ich bin so doof. Ja, ich bin gefinished. Ah, Mist. Ich muss eigentlich nicht in dir mein ganzes Geertroppen. Das war gut. Das war gut. Dann lässt man stirbt mit dem Geertroppen. Ist ja geil. Die pfeift ja richtig. Ich bin so gut. Halberlich. So. Ich lebe irgendwie noch. Hä? Das Gegner wird vorbeigelaufen. Ich glaube, man kann es mich holen. Ah, schade. Ja. Mein Biegen, glaube ich, brauch den nicht holen. Da halten wir gerade zwei Teams. Äh, funktioniert es nicht. Also ich schieße einfach drauf und damit wird der Gegner quasi markiert dann. Äh, genau. Wiegst du oben? Oben ist, äh, Shipwreck. Ich schülle mich. Ich kann gleich die Flair, da muss gleich nochmal erklären. Na klar. Ah. Ah. Was geht's hier? Das war ganz schlecht von mir gespielt. Wir müssen halt weg. Es tut mir leid, man. hierher bleiben. Einmal. Okay. Ich bin ganz offen. Okay. Ah, ich bin ganz offen. Ah, wir sind, um es zu... Wir gehen außen rum, ich bin ganz offen. Wir gehen außen rum. Bist du ready? Wir gehen da lang. Ja. Was auf die jetzt wirklich da die Scheißhut rein gefläst haben. Boah. Alter, meine Flea Lomas hat mich grad so in meinen Arsch gerettet. Alter, das war eigentlich die übelste krasse Counter grad. Holy shit, ey. Aber es sah auch richtig geil aus, ne? Ja, man. Da oben ist einer. Schaffen sie nicht. Die sind besser als die. Gar kein Thema. Einfach alles dodgen? Ja. Plus, plus Bones. Mega Salz durch der, ne? Ja. Das ist ein Trick. Okay. Okay. This way. Let's go. Ah, mit den Lags kannst du voll knicken, Alter. Ja. Aber die Schussfrequenz von dieser Snyder ist echt richtig geil. Ja. Ja. Wie stark ist da der Bullet Drop bei der? Ah, es geht, es geht, es geht. Also, man merkt ihn den Bullet, äh, den, den Bullet Drop leider. Aber... Lol, aber ist das grad... Was ist denn das für ein Visier? Lol! Da ist mein Auge drauf, Digga! Wie geil. Das wird kombiniert, oder was? Ich, ich, ich guck da quasi durch und das scannt das genau wie meine Ulti. Scannt das die Gegner. Das ist ja geil. Das heißt, die hat extra ihr eigenes, äh... What? Wegen Steps irgendwo? Ich hab irgendwas gehört. Das ist ja mega nice. Sind es sein Steps? Ja. Der Server wird da runtergefahren. Schwere Internetfehler. What? Hier ist ein fucking Red Shield. Äh, ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Aber es wird, äh... Ne, es ist voll. Hä? Wer hat denn hier einen Sheet Swap? Ja, keine Ahnung warum. Wo hat der, wo hat der Golden ist? Ah, das kann sein. Und dann ist der gestorben vielleicht, oder so. Ne, das waren die zwei, die wir vorher... Äh, what the... Warst du noch eine Batterie? Hast du eine Batterie? Hast du eine Batterie? Gleiches Counter-Strike spielt man in dem Moment. Äh, Nascisco. Recharging my Shields. Ich, ich sag ja, dass dieses Jahr das neue Counter-Strike kommt. Da bin ich mir zu 100% sicher. Es wird dieses Jahr 100%ig neues Counter-Strike kommen. Halt der Source 2, äh, Engine Update. Okay. Also Global Offensive, äh... Global Offensive, genau. Ach, ich bin runtergehend. Just try and hide with that shiny tag on you. Ja, die haben alle hide-round da. Das ist eine Team. Boah, die Tick-Rank. Das tut weh. Das tut weh. Ich könnte mal eine gute Granate reinwerfen. Wir sind oben. Das ist jetzt Final Fight, ne? Ja. Das sind 3 gegen 2. Wie viel hoch? Ja, spielt auf. Spielt auf. Position. Kratz, kannst du zurückkommen? Ich hab ein paar Bats geholt. Ich leg den 2. Over here. Follow me. Nachschlug. Let's go. Danke. Ich hab meine... Meine... Energy Armour geht langsam raus. Marking. 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 Armour break. Fuck who's done. Pussy. Ich muss Schild nehmen. Schildzelle. Da war das Back-to-Back? Ihr seid Maschinen. Das war Back-to-Back, oder? Ja, genau. Ich würde sagen, kann man machen, Alter. Das war aber auch eine geile Runde, Alter. Dass wir da weggekommen sind, das war scheiße.